Nachdenkseiten. Die kritische Website. Ihr seid viele, sie nur wenig. Politische Lyrik. Shelley, Herwig, Brecht, Degenhardt. Ein Artikel von Wilma Ruth Albrecht. Anlässlich der Debatte um den Song Richmond, North of Richmond, dem auch die Nachdenkseiten einen im Schrifttext verlinkten Artikel widmeten, beschreibt die Sprach- und Sozialwissenschaftlerin Wilma Ruth Albrecht in diesem Text an einigen Beispielen die Entwicklung des politischen Liedes als klassisches Kulturgut im alten Europa der beiden vergangenen Jahrhunderte. Im Sommer 2023 wurde auch hierzulande in alternativen Netzjournalen auf einen aktuellen Song des US-amerikanischen Liedermachers und Sängers Oliver Antony verwiesen. Richmond, North of Richmond steht in der Country-Blues-Tradition mit ihren religiösen Bildern, Motiven und Metaphern und beklagt eine sich im Arm-Reich-Verhältnis von oben und unten ausdrückende, himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit. Auf den Nachdenkseiten wurde auf Anthony's Lied mit Originaltext und deutschsprachiger Übersetzung verwiesen, aber auch darauf, dass der Song teilweise fragwürdige Botschaften zu Sozialstaat und Steuern transportiert. Daran anschließend gab es auch unter kritischen Aspekten zahlreiche Leserbriefe zu Lied, Text und Wirksamkeit des Songs. In diesem Beitrag möchte ich daran erinnern, dass das politische Lied als kleinkünstlerische Gattung keine US-Erfindung oder geschützte Handelsware ist. Als Jeremy Bernard Corbyn, der britische Gewerkschaftsfunktionär und Labour-Politiker, im Juni 2017 auf dem Glastonbury Music Festival sprach, zitierte er unter viel Beifall auch die Schlussstrophe von Percy by Shelley, The Mask of Anarchy. Rise like lions after slumber in unvanquishable number. Shake your chains to earth like dew, which in sleep had fallen on you. You are many, they are few. Der Dichter P.B. Shelley, geboren 1792, gestorben 1822, und sein Werk gehört nicht nur zum traditionellen Kulturgut der englischen Arbeiterbewegung, sondern auch der deutschen. Im gegenwärtigen Deutschland mit seinem marktgängigen Kulturrelativismus, seinem wahnhaften Irrationalismus und seiner triumphierenden Hässlichkeit scheinen feinsinnige Versschmiede und kühne Wortakrobaten mit aufklärerischem Impetus keinen Platz zu haben. Das viele Strophen umfassende Vers Epos The Mask of Anarchy hatte Shelley im Herbst 1819 gedichtet, als er mit seiner Frau, der Schriftstellerin und Autorin des Romanes Frankenstein, Mary Shelley, in Italien ballte. Das Gedicht ist Reaktion auf die briefliche Mitteilung seines Freundes Thomas Love Peacock, der ihm vom Massaker auf dem St. Petersfield in Manchester am 16. August 1819 mit mindestens 15 Toten und 650 Verletzten berichtet hatte. An der Massenkundgebung gegen die Korn-Gesetze der Tory-Regierung und für eine Parlaments- und Wahlrechtsreform hatten sich 60.000 bis 80.000 Demonstranten beteiligt, darunter mehrheitlich Arbeiter der ansässigen Baumwoll- und Textilindustrie. Shelley's Poem umfasst aufklärerische Herrschaftsanalyse, bittere Anklage gegen die Gewaltherrschaft und einen enthusiastischen Aufruf zum gewaltfreien Widerstand gegen Tyrannei und für Volksfreiheit. Im Traumgesicht erscheint dem Dichter ein Menschenzug, bestehend aus der Herrscherkaste und ihrem Gefolge. An der Spitze die Regierung mit R.S. Caslery als Außen- und Kriegsminister, Lord Eldon als höchsten Richter, H.A. Sidmas als Premier und Innenminister, dahinter Bischöfe, Peers und Advokaten, die alle der als Willkürherrschaft gegeißelte Anarchie huldigen und sich vom Tross aus Söldnern, Advokaten und Pfaffen schützen lassen. Dieser Zug verwüstet und unterjocht das gesamte Land. Dagegen soll sich das unterdrückte Volk einheitlich verbünden, versammeln, verschwören und konsequent Widerstand leisten. Beschämt werden sich dann Beschützer und Mitläufer des Herrschaftszuges von den Tyrannen abwenden und sich zum Sturz der Tyrannei dem Volk anschließen. Und die Tapferen und die Treuen jener Krieger zu den Freien werden treten, vor der Schmach zitternd, die dem Mord folgt nach. Und der blutige Völkermord wird wie ein Prophetenwort rufen auf gen Himmel dann, laut, ein donnernder Vulkan. Und dies Wort, die Losung sei zum Sturze der Tyrannei, in dem Herzen aller Brüder Halles wieder, wieder, wieder. Auf, wie aus dem Schlaf der Löwe, schüttelt ab der Tyrannei Joch, wie leichten Morgentau, das im Schlummer auf euch fiel. Sie sind wenig, ihr seid viele. Den letzten Vers nahm Georg Herweg, geboren 1817, gestorben 1875, zum Leitspruch für das von ihm im Jahr 1863 verfasste Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, kurz ADAV, war eine der Vorläuferorganisationen der späteren Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD. Es war Ferdinand Lasalle, Gründer und Vorsitzender des RDRV, der den mit ihm befreundeten revolutionären Dichter, Agitator und Aktivisten Herweg drängte, das Bundeslied zu verfassen. In zwölf Strophen vermittelt Herweg in einfachen, klaren und verständlichen Worten und Bildern, dass Arbeit alle produktive Güter schafft, die jedoch den Produzenten selbst, den Bauern, Handwerkern und Arbeitern nicht zugutekommen. Stattdessen seien sie durch und über die Arbeit und die Besitzverhältnisse herrschaftlich gefesselt. Es gelte sich, selbstbewusst zu befreien. Menschenbienen, die Natur gab sie euch den Honig nur. Seht die Drohnen um euch her, habt ihr keine Stacheln mehr? Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Deiner Drängerschar erblasst, wenn du, müde deiner Last, in die Ecke lehnst den Pflug, wenn du rufst, es ist genug. Brecht das Doppeljoch in zwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit, Freiheit Brot. Deutlich wird, dass der Freiheitsbegriff von Herweg analytisch-materialistisch gefasst wird und damit den ethnisch-national-idealistischen Shelleys und seines Freundes Lord Byron, beide noch von den Ideen der französischen Revolution geprägt, erweitert und konkretisiert. Auf der Höhe der Zeit war die Vertonung des Bundesliedes als mehrstimmigen Chorsatz durch den geschätzten Klaviervirtuosen, Komponisten und Dirigenten Hans von Bülow, geboren 1830, verstorben 1894. Mit dem Übergang der SPD zum besonders in Deutschland seit Ende des Ersten Weltkrieges ausgeprägten politischen Reformismus wurde das russische Arbeiterlied »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit« von Leonid Petrovic Radin mit einem umdeutbaren humanitären Text übersetzt und, vertont von Hermann Scherchen, zur SPD-Hymne verklärt. Hatte Herweg den Schwerpunkt auf die Agitation zum Widerstand gelegt, so folgte Berthold Brecht in seinem 1947 verfassten Gedicht »Der anachronistische Zug«, wesentlich dem formalen Aufbau von Shelleys poem »The Mask of Anarchy«, jedoch ohne appellativen Schluss. Geschildert wird, wie im Frühjahr ein Wählerzug von Süden kommend, die US-britische Invasion seit 1943 in Italien, hinter verwitterten Holzschildern mit der Aufschrift »Freiheit und Democracy«, unter Glockenläuten und begafft von erstaunten und unwissenden Kriegsopfern durchs süddeutsche Land zieht. Dem Loblied auf das britische und US-amerikanische Regierungsmodell von Freiheit und Democracy folgen die kirchlichen Würdenträger mit Monstranz, Fahnen und päpstlichem Segen, dann die alten Nazi- und Militereliten und ihre groß- und rüstungsindustriellen Gönner, die Ideologen und Mittelschichtsintelligenz wie Lehrer, Mediziner, Forscher, entnazifizierte Beamte, Journalisten, Menschenrechtslobbyisten, Freihandelsideologen, Richter, Künstler und viele andere Nazi-Anhänger und Profiteure. Die Ankunft dieser politisch-Apaten-Truppe in München beschreibt Brecht so »Und kam, berstend vorgestank, endlich an die Isarbank, zu der Hauptstadt der Bewegung, Stadt der deutschen Grabsteinlegung.« Formiert von den Gazetten, hungernd zwischen den Skeletten seiner Häuser, stand herum das verstörte Publikum. In der zerbombten Münchner Innenstadt schließen sich dem Aufzug auf seinem Weg nordwärts sechs Karossen an, in denen die sechs Plagen Unterdrückung, Aussatz, Betrug, Dummheit, Mord und Raub sitzen. Das Zugende bildet einen riesen Totenwagen, dem sich massenhaft vollgefressene Ratten anschließen. »Hoch die Freiheit, piepsen sie, Freiheit und Democracy!« Brechts Poem ist sarkastisch, deprimierend und endet im Gegensatz zu Shelley hoffnungslos. Das unwissend gehaltene Volk versteht das ganze Schauspiel nicht. Und der Blinde frug den Tauben, was vorbeizog in den Stauben hinter einem Aufruf wie »Freiheit und Democracy«. »Freiheit und Demokratie«, bildete den propagandistischen Leitspruch, unter dem die USA Ende 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Unter gleichen Leitspruch meldeten die USA mit der Rede des damaligen Präsidenten Truman am 12. März 1947 vor dem US-Kongress ihren Weltherrschaftsanspruch an, um die angebliche Sowjetisierung der Türkei, Griechenlands, des Irans, aber auch Deutschlands und Österreichs zu verhindern und ihre aktuelle Intervention in den griechischen Bürgerkrieg, später in den Korea- und Vietnamkrieg, zu rechtfertigen. Und unter dem Motto »Freiheit und Demokratie« biederten sich im Nachkriegsdeutschland ehemalige Nazi-Eliten, Militärs und Konzernchefs sowie die vielen Tausend von Mitläufern als Kollaborateure der Besatzungsmächte, insbesondere der angloamerikanischen, an. Genau dies prangert Brecht in seinem Poem insofern weitsichtig an. Anfang 1947 war noch nicht offen erkennbar, dass mit der sogenannten Renazifizierung und Remilitarisierung im Übergang zu den 50er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland Oppositionelle verleumdet und gewaltsam verfolgt werden sollten. Der Immigrant Brecht selbst galt damals in der McCarthy-Ära als Staatsfeind und remigrierte nach Europa. Der fehlende appellative Schluss des Gedichtes wird ergänzt in der Vertonung durch Hans Eisler und in der aggressiv-zynischen Interpretation durch Ernst Busch. Jahrzehnte später wurde das Brecht-Gedicht »Der anachronistische Zug« von Hanne Hiobs so eindrucksvoll wie aufwendig inszeniert und zog 1980 und 1990 als Straßentheater durch die BRD. Doch da hatte sich die politische Lage gegenüber 1947 insofern geändert, weil das von Brecht vorgeführte Herrschafts- und Mitläuferpersonal des alten anachronistischen Zuges entweder altersbedingt gestorben oder ausgewechselt und in den 70er Jahren erheblich verjüngt und modernisiert worden war. Diese Entwicklung hatte der Liedermacher-Schriftsteller und promovierte Jurist Franz Josef Degenhardt 1973 vor 50 Jahren in seiner bissigen Version »Der anachronistische Zug oder die Freiheit, die Sie meinen« erkannt und ironisch vorgetragen. Sein Zug formierte sich im Herbst und zog unter lädierter Fahne mit verwischten Schriftzügen von den Villenvororten in die Städte. Am Kopf des Zuges beteten katholische und evangelische Repräsentanten. »Wolltest vor Revolutionen, Herr, uns allzeit verschonen!« Es folgten NATO-Offiziere, Geheimdienstler von BND und CIA, rufend »Freedom, Freiheit überall!« »Ungeteilt bis zum Ural!« Anschließend sah man Verfassungsrichter, Kultusbürokraten, Professoren vom Bund Freiheit der Wissenschaften und Laienideologen. Werbeleute, Intendanten, Redakteure, Obskuranten, die sich krumm prostituierten und für alle Herren schmierten die Bestechungssummenboten. Am Schluss fuhr die Staatskarosse mit Ministern. »Wir sind jetzt die neue Mitte«, riefen sie, »es ist gelungen und das Band ist fest geschlungen um Arbeit und Kapital. Das kommt von der freien Wahl.« Die Formation zog an der Tribüne vorbei, wo sich die Konzernherren das Spektakel ernst und nachdenklich ansahen. Freiheit hieß für sie Profit. Denn sie erkennen, dass Freiheitspropaganda allein nicht reicht. Jetzt bedürfe es neuer Parolen wie »Sozialismus mit dem menschlichen Gesicht«. Degenhardts Gedicht endet damit, dass der Zug mit verblasstem Freiheitssymbol wieder an seinem Ausgangsort zurückkehrt. Auch Degenhardts Lied, das eine politgeschichtliche Entwicklung analytisch beschreibt, appelliert nicht an seine Hörer. Der Sänger intoniert am Ende jeder Strophe sein höhnisch-irres Gelächter. In der Zwischenzeit sind die Kritiker an ihrem Lachen erstickt oder erstickt worden, wurde ihnen mit was auch immer ihr Maul gestopft. Der alte anachronistische Zug hat sich heute neu formiert, verjüngt, verweiblicht, internationalisiert, akademisiert und kostümiert. Die Autorin Wilma Ruth Albrecht ist Sprach- und Sozialwissenschaftlerin mit Arbeitsschwerpunkten 19. und 20. Jahrhundert. Sie ist Autorin des Fachjournals Soziologie Heute. Ihre letzte Buchveröffentlichung heißt »Über Leben«, Roman des letzten Jahrhunderts, erschienen im Verlag Freiheitsbaum Edition Spinoza. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.